Ist der Austragungsort Happel Stadion ein Vorteil für die Austria? Die letzten Davies, die im Happel gespielt wurden, waren ja eher für die Austria ein Vorteil. Ja, so scheint das nach der Statistik. Aber jedes Spiel ist ein neues Anfang. Und von daher wird es sicher auch ein schwieriges Spiel sein. Ich hoffe, mit gleichem Ergebnis wie die letzten fünf. Die Rapid-Fans schweigen, ja angeblich. Wird das vielleicht sogar ein Heimspiel für die Austria? Es kommt drauf auf den Besuch von unseren Zusehern. Was wir gesehen haben, die 1600 Karten sind schon restlos verkauft. Aber das wird eigentlich auch zu wenig sein. Und eine Überzahl zu schaffen. Da braucht man noch mehr Unterstützung. Und ich hoffe, das wird man auf jeden Fall bekommen.